Von einem irischen Dudelsackspieler komponiert, der All in Dugning heißt und aus Dingel kommt. Der Stück heißt Jimmy and the Tipi und das hat es geschrieben einer jungen Frau zur Ehre, die mal einen ganzen Sommer in der Region in einem Tipi gelebt hat. Es gibt solche Leute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.